Wo war denn das? Ah, das kleine Fleckchen da. Mal gucken was das ist. Oh, die Wolken sehen ja auch geil aus. So, was ist denn das? Ah, das ist einfach bloß ein Fleckchen. Müssen wir aufpassen, das ist hier Eis. Jetzt lege ich einfach mal mein Boot da links an. Äh, hier so würde ich sagen. Äh, so. Denn, machen wir hier erstmal den Creeper fertig. Wo? Okay, haben wir den Creeper doch nicht fertig gemacht. Okay, das sind so Holzhütten. Oh, das ist ein überlebendiger Zombie. Der hat sich gerade wieder geheilt. Warte, braun Bier. Oh, der macht mir Schaden. Okay, der lässt aber nichts droppen. Und hier ist einfach so ein Haus. Warte. Warte. Einfach so. Ohne... Ohne einen Sinn. Warte. Lass mich hier raus. Ah, Gott. Äh. Äh. Das gibt für mich keinen Sinn. Warum sollten hier... Einfach so... Zwei... Äh. Zwei Häuser stehen. Dahinten steht noch eins. Ah. Dahinten steht ein Haus. So leer und so... Keine Ahnung. Das sieht schon eher aus wie ein Bauerndorf. Wie ein Bauerndorf. Meine Leertasche ist irgendwie so laut. Okay, das einfällt außenrum frei. Krass. Das habe ich auch noch nie gesehen. Hier ist der Eingang. Hä? Hä? Wurde das... Wurde das... Wurde das gerade eben gespawnt? Oder? Pfff. 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 Also... Das kam gleichี้... Na, lieber. Pfff. например, einige Rehape... Das mal ist nicht... Ich bin jetzt mal hier drunter gekommen. Und zwar super viel Kohle. Klasse. Und Gold. Redstone. Dann gehen wir wieder nach oben. Würde ich sagen. Boah! Denn wir... Das sind zwei fliegende Inseln. Was ist denn da oben? Okay, was ist... Nee, 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 da gehe ich nicht rein. Nein, auf keinen Fall gehe ich da rein. Aber was ist denn bitte auf der fliegenden Insel? Das macht mich jetzt ja schon irgendwie an. Da ist es hochzuklettern. Da muss ich mir vielleicht bloß genug... Ah, hier, Pflastersteine. Das müsste eigentlich reichen. Da hinten ist noch ein Haus. Würde ich sagen, gehen wir erst zu dem Haus. Und das hier nehmen wir mit. Was ist denn das? Eisenkies? What? Was macht man denn mit dem? Was macht man denn bitte mit Eisenkies? Hier sind ganz... Ganz viele solche Häuser. Alter! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay. Okay, 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 okay. Und ich einfach Schnee, oder was? Warte. Hexit, du machst mir Angst. Du ma... Du machst mir jetzt sogar sehr großen Angst, Hexit. Oha, 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 oha. Krass, krass. Oha, 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 oha. Das ist eine fressende Kichte. Was zum Fick. Alter. Lol. Krass. Komm schon, gib mir die Truhe. Eigentlich träume ich hier gar nicht weiter. Okay, okay, lauter... ...lauter verzauberte Bücher. Oh, hier habe ich noch Platz. Schneebälle, was ist wie eine Schneebälle bitte dabei? Warte, die passen doch irgendwo anders rein. Wo ist denn mein anderes Backpack hier? Äh, ich glaube, da ist jetzt alles voll... Ja, soweit ich sehe schon. Boah, alter. Das ist ja nochmal doppeltes Abenteuer hier jetzt. Oh, mein Helm. Oh, scheiße, ich sehe mein Helm. Uh. Ich muss wissen, wie der heißt. Der heißt Meoloe Rittenhelm. Was? Moe Lurittenhelm. Ne, Ho, Hoe. Irgendwas. Das ist... Mit der rechten Maustaste. Klicken, um Verzauberung hinzuzufügen. Wart, jetzt habe ich den im Inventar. Nein, jetzt habe ich den schon wieder im Inventar. Ich will wissen, wie man den craftet. Okay, wie kriege ich... Und wie kriege ich das da? Das heißt... Okay, das muss ich finden, wahrscheinlich. Ah, den gibt es wahrscheinlich im... Im... Im Nether. Schätze ich mal. Oder? Ja. Gut. Upsa. Immer ein bisschen mit dem Bogen üben. So. Ich glaube, wir müssen näher zum Mikro. Ich gehe immer so weit weg. Irgendwie. Und deswegen... Vielen Dank.